Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. So, in der letzten Folge, da haben wir ja ein paar Nebenquests, also Hexaufgaben erledigt. Und jetzt widmen wir uns wieder ganz der Hauptquest. Und dafür müssen wir, ja, sprechen Lager der Widerstandskämpfer mit Venom Rocher. Okay, und das machen wir dann mal sofort. Ich muss mal kurz schauen, wo das ist. Auf der Map, ja, da oben. Okay, rufen wir mal kurz, was er fährt. Damit wir dort schnell hinkommen. Ja, mach mal, Rochenchen, mach mal. Kannst du ruhig machen. Ich rette die Welt, du kannst mich im Auge behalten. Und, äh, das andere, was wir davon machen müssen, ist, ich finde, das Versteck war nur unseren Junior. Nur, das ist irgendwie weit weg von der Hauptstadt. Machen wir danach natürlich auch. So. Was musst du denn abladen? Ich hoffe, kein Furz oder so. Die Furzen hier alle rum, die Soldaten. Nicht so viel Bohnen essen, Freunde. Okay, sind wir hier richtig? Muss man kurz nochmal schauen. Äh, nein. Wir sind total falsch. Super, ich muss in die andere Richtung. Los, los! Wieso wird mir das denn hier angezeigt? Verstehe ich nicht. Moment mal, hier hin und dann geradeaus. Ja. Ich muss hier lang. Komisch. Oder geht's da vielleicht nicht lang? Ich versuch's jetzt einfach mal. Sprich, im Lager? Ja, aber ich hab das doch ausgewählt. Wieso? Und zeigt er mir hier in eine andere Richtung. Und jetzt hier hin. Und dann, ja. Einfach geradeaus. Geradeaus und dann nach rechts ist es ein bisschen. Wir sind ja wieder am Marktplatz. Wo geht's denn hier jetzt durch? Warte mal. Hier runter. Weg da. Platz da. Mann, oh. So, hier runter. Genau. Geht doch. Hier werden die Leute verbrannt. Okay. Gehe ich mal hier weiter. Na ja. Ich versuch mal hier hoch. Aber irgendwie wird mir hier der Weg nicht angezeigt. Kommt man da vielleicht nicht hin oder so? Weiß nicht. Ähm, ja. Irgendwas läutet da. Das hatten wir ja schon mal in einer Folge. Ich geh jetzt einfach mal hier runter. Ich glaub, hier komm ich nicht durch, oder? Nee. Schau mal. Komm ich hier durch? Hallo. Ah, tatsächlich. Das geht. Aber hier komm ich nicht rein, oder? Nee. War ja klar. War ja klar, dass ich hier nicht reinkomme. Deshalb wird mir das auch nicht angezeigt, glaub ich. Ja, und jetzt? Der ganze Weg umsonst, oder was? Hier vielleicht? Hallo. Abgeschlossen. Ja, super. Oh Mann, was soll da denn jetzt? Was ist, wenn ich hier runter geh? Und dann rechts? Anderling, nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Ähm. Komm ich da vielleicht irgendwie hoch? Oder ich schwimm da einfach rüber, ja. Genau, ich schwimm da einfach rüber. Du müsstest doch gehen. Oder gibt's da auch keinen Weg? Ist da alles abgeschlossen? Versuch's einfach mal. Hallo, Freunde. Weg da. Okay, wird mir das jetzt hier angezeigt? Oder? Nee, hier komm ich nicht durch. Ah, guck mal, jetzt. Jetzt wird's angezeigt, okay. Jetzt wird es angezeigt. Okay, hier sind wir jetzt zum ersten Mal. Ich hab keine Ahnung. Ich laufe einfach mal hier weiter. Wieso bringt er mich denn jetzt wieder hier hin? Verstehe ich nicht. Komisch. Moment mal. Ah, guck mal, hier gibt's ja doch einen Weg. Ja, aber ich muss nicht hier hin. Bald wird hier alles nilfgardisch aussehen, weil dies eine nilfgardische Stadt sei. Wo war denn der Typ? Der war doch hier irgendwo. Ja, der ist doch hier. Ey, nicht so frech, meine junge Dame. Okay, kann ich hier rein? Ah. Hier komm ich nicht rein. Hier vielleicht. Nein, hier komm ich auch nicht rein. Ich bin nur noch ein Holzfäller. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfrüßigkeit. Oh ja, endlich. Quest aktualisiert. Finde ich Junior. Hallo. Hallo Freunde. Hallo. Da bin ich. Ach, Räuvens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Was geht dich das an? Ich suche Junior. Ach. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Das sind aber kurze Antworten. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Alles klar. Tschüss. Ich schlau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Nette Klingen hast du da. Okay, ich hab nix erfahren. Mit wem muss ich denn hier sprechen? Dein demütiger Diener. Hier vielleicht? Ich hab ein Lager mit Venom Roche. Wo ist der denn? Venom. Gleich oben? Ganz schön schwer hier Arbeit zu finden, Hexer. Nee, der ist doch unten. Hä, wer ist denn von dem dieser Venom? Mann vom Hacker? Komisch. Was ist das hier? Ich weiß noch. Was ist der nicht? Komisch. Nicht hier einfach mal, vielleicht kommt der ja später. Vielleicht ist der ja nur er nachts hier oder so. Ich schau mal jetzt. Nee, jetzt ist er auch nicht hier. Mann vom Hacker? Kein Plan. Geht irgendwie nicht. Möge dein Bad frei und stark sprießen. Hä? Verstehe ich grad nicht. Ah, guck mal hier. Hier ist doch was. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weizhaar. Hier ist doch was. Hier ist nichts interessantes. Okay. Schön schwer hier Arbeit zu finden, Hexer. Finde ich vielleicht noch was? Hier ist nix. Ich schau dir mal oben nach. Vielleicht finde ich hier oben was. Ah, schau mal hier. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Hier ist auch noch was. Hier ist alles sauber geschubbt worden. Alles klar. Gut. Das. Okay. Hä? Sprich im Lager? Ach so. Okay, irgendwie habe ich irgendwas jetzt verwechselt. Muss ich jetzt hier hin. Alles klar. Gut, machen wir mal. Gibt es hier keinen Schnellreisepunkt? Anscheinend nicht. Hier muss doch irgendwo ein Schnellreisepunkt sein. Was ist denn hier hinten? Aha. Keine Ahnung. Lassen wir mal. Lassen wir mal für eine andere Zeit. Gehen wir mal schnell hier zu einem Reisepunkt. Und dann sprich im Lager da mit Venom Roche machen wir dann mal. Und dann sprich im Lager da mit Venom Roche machen wir dann noch ein Schnellreisepunkt. Novigrad. St. Georgsbrücke. Okay. Muss doch irgendwo ein Schnellreiseziel sein. Moment mal, was ist denn hier? Ah, okay. Neue Markierung. Da, endlich. Endlich, endlich, endlich. Wo ist sie denn? Hier. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie wir schnellstmöglich da hinkommen. Hier hin. Okay, müssen wir erst hier hin. Anwesende, bla bla bla. Ja, und mal schauen, was der Typ uns neu sagen kann. Vielleicht weiß er ja, wo Hohnsohn ist, ne? Tada, da sind wir schon. Blützi, komm mal her. Hier war doch der Maskenball, oder nicht? Ja. Hier war der Maskenball. Wieso kann ich nicht schnell reiten? Komisch. Umschalten links, ja. Aber irgendwie kann ich nicht schnell reiten. Verstehe ich nicht. Ah, egal. Müssen wir so angenehm reiten. Gucken, ist das weit? Ne, wir sind gleich da. Los, los. Muss ich vielleicht weiter nach rechts, damit ich schneller reiten kann? Bin ich ja auf der Straße. Geh trotzdem nicht. Lauf, Plätze. Lauf, Plätze. Ja, ich mach einfach mal. Boah, ich mag dieses Wetter gar nicht hier. Versteckte, Meerischer, frei, bla bla bla. Okay, Eingang. Boah, dann muss ich absteigen. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, äh, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst. Nein, Nashornvogel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Geralt van Riefer. Gesund und munter. Vernon Roche. Die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur. Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen. Ich... Du kannst. Und du musst. Denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. Wegtreten. Okay. Lust auf eine Partie gewinnt. Ja, wieso nicht? Ne, sofort einfach so. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovi zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Hm. Wernen, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt. In einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Du nervst, Grauhaar. Okay, dann wollen wir nach Ochsenfurt. Denn da war doch noch so eine Quest, die nach Ochsenfurt führt, oder? Mutant. Was gibt's, Grauhaar? Gibt's hier irgendwas Tolles? Du nervst, Grauhaar. Glaub nicht, oder? Äh. Es ist so dunkel hier drin. Moment mal, ich meditiere einfach mal an den Tag hier. Das ist viel zu dunkel. Auch wenn es eine Höhle ist, vielleicht kommt da irgendwie Licht rein. Ja, etwas besser. Ja, auch eine Fackel, ne? Ja, gute Idee. Ein Bordell mit Frauen. Oder vielleicht mit Männern. Oh, tut mir leid, wollte ich nicht klauen. So. So. Also, lassen wir uns hier wieder raus. Und dafür jetzt müssen wir nach Ochsenfurt, steht hier. Ochsenfurt, ja. Und die andere Quest, sprich mit Priscilla. War das auch in Ochsenfurt? Ich glaube, das war auch in Ochsenfurt. Beides führt mich nach Ochsenfurt, ne? Mal kurz schauen, wo war denn Ochsenfurt hier unten? Oder? Ne. Hä? Wo war denn Ochsenfurt? Ne, Priscilla ist hier? Da ist Ochsenfurt. Okay, wir wollen dann erstmal wieder nach Novigrad. Wir müssen ja mit Priscilla reden. Hier. Okay, machen wir erstmal das. Und danach wollen wir nach Ochsenfurt fährt. Ich dachte, da war doch noch so eine Quest, die nach Ochsenfurt fährt. Aber da habe ich mich wohlfährt. Okay, Fackel kann weg. Fackel kann weg. Mal kurz schauen, wo war das genau? Da. Ist ja nicht so weit. Ist ja nicht so weit. Da kann ich zu Fuß hin. Sprich mit Priscilla. Ich muss mal kurz schauen, was das hier nochmal war. Äh, Graf Reuven, Schatz. Hier. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich spreche jetzt einfach mal mit ihr. Oh. Da wird jemand angekrochen. War das hier diese Taverne? Genau, das war diese Taverne. Die Frau da, die gesungen hat, oder? Die ist aber nicht hier. Muss ich wohl meditieren. Moment mal. 21 Uhr ist sie vielleicht hier? Ja, die ist nicht hier. Ist sie vielleicht eine Etage höher? Ah, ich soll dir bald ein großes... Oh, ich fassen Sie nicht alles. Ja, es wird schon Abend, schau ich mir da. Ja, da ist sie. Da ist sie. Hier ist sie doch. Nee, die ist aber nicht da. Warum nicht? Hö? Die müsste doch hier sein. Hallo, Tür. Was machst du? Ach, was ist das denn jetzt hier? Moment mal. Noch mal meditieren. Vielleicht ist sie gerade nicht zu Hause. Na, noch nicht da? Tatsächlich. Komisch. Gerade wurde das doch hier angezeigt. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Hier muss sie sein. Ah, hier. Eine Tasche tiefer. Ach, manno. Okay. Ist sie hier drin? Nö. Draußen. Kennst du Meister Menge? Wenn nicht... Ah, hier. Endlich. Geralt! Hallo! Ritterspawn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz. Aber wir kriegen ihn da schon raus. Keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Ritterspawn zu finden, um dann Ciri zu finden? Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Quest abgeschlossen. Juhu. Bis dahin. Alles Gute. Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch das hier machen. Ja. Finde Junior. Ja. Und das machen wir. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir schließen dann diese ganze Mega-Quest dreimal ab. Also vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Almorema. Tschüss. 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 Tschüss.